Ich hab' dich auf! Ich hab' dich auf! Ah! Er schreckt mich! Ah! Er verschiesst mich einfach! Mr. Redfield, please! The floor is yours! Weisst was wir jetzt auch noch machen, Kollegin? Ihr könnt ja unbedingt das Achievement! Nein! Erschieß ihn! He 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 he! Un! Action! Ersch! Ah... Ah! Wunderbar! Wunderbar! Haben Sie das gesehen, Helene? Wie geboren für die Roller! Oh, er wird meinen Platz gewinnen! Oh Gott! Es ist mehr als perfekt! Let me help you unpack, Mr. Redfield! Was zur Hölle ist das? Ehrliche Sauerkraft heute Abend! Brace yourself, Adolf! Ich werde hier mit Ihren secreten Odin-Codes verlassen! Dann stehlen wir die Aschmerzer! Geh aus General Angle! Und zeichnen den amerikanischen Menschen, was die Revolution aussieht! Geh weg! Hmmmm! Dann machen wir mit der Leiche mit ihnen oder irgendwie? Kannst du mal was sagen? Was? Hab noch nie einen umgebracht? Der Glück? Ja! Wie viele waren es bei dir? Wählen Hinrichtungen auf! Na klar! Dann Acht! Kann man irgendwie einen Nachkampf holen? In einem Feuerwerk? Keine Ahnung, von wem da die tödlichen Kugeln kamen! Wo war das denn? Vor meiner Stationierung hier, habe ich im Gefängnis von Eisenwald gearbeitet! Ah Eisenwald? Das ist mir ja, Max! ...einen großen Terrorangriff und einige Gefangene versuchten zu fliegen! Viel Krawallen! Viele Tote! Irgendwann schaut dich um die Ecke! Wen? Wen sehe ich da? Wen? Den verdampften Terrorman! Ist nicht wahr! Natürlich kann sich ihn damals kaum, aber er war es! Ich schwöre bei Gott! Irgendwie handelt mir die Zeit mit Terrorführung! Was ist das? Hurra! Ich brauche Verstärkung! Jawohl, Herrgott! Was ist das? Was ist das? Wo hat das? Was ist das? Was ist das? Also ich war nicht so, ob die Mautos jetzt mir... ...bewitschen lassen. Es weiß nicht, also... Mann Tanke! Ja ... Ich habe jetzt die Karte von ihm aufgesammelt oder nicht? Ja, dann snacken wir dann noch rum, die hat im Buffet, oder? Man, wenn es schon etwas gibt. So, haben wir uns noch schnell aufgeladen. Okay, Kollege. Da gibt es sicher irgendwo etwas noch vom I-Sammler. Da gibt es noch etwas. Da gibt es noch etwas. Da gibt es noch etwas. Zumindest nicht so. Da nehmen wir mehr mit. Ich frage, ob da irgendwo auf der Bank etwas liegt. Da ist mein Name noch. Da ist nichts auf einer Bank. Es kann ja sein, dass da etwas rumliegt. Hier ist es. So wie die Mod-Mission auf dem Dingswurf instantiert. Das gehören wir noch nicht. Viele, viele Navigationssysteme beschädigt. Nicht ... nicht. Notfallauswurf eingeleitet. Landung in T-3. 2 1 Das war's für heute. Find the Oberkommando. Steal the Odin Codes for General Angle's ship. Slick as a whistle. Hallo, spring jetzt. Damn, I'm burning up. No! No! Ich habe einen Goosehold. So, schauen wir mal, nein, da gibt es gleich nichts zu schauen, ist er da unten vielleicht oder nichts? Nein, da unten ist nichts zu sehen, er ist der Roboter, ist er von der Dussam-Fallum-U-M-Chill, oder? Ich weiß, ich hoffe es zumindest ich bin. So, schauen wir mal, was da oben dann abgeht. Das ist das Heid wieder So, schauen wir mal. Ich glaube, das ist mir auch voll. 1 2 3 4 4 5 5 6 Du trakst wohl, na... Was ist denn da hin? Das war ein bis XIV, ne? Das war ein bis XIV, ne oder? Das war ein bis XIV. Nein, ich glaube, wir müssen so weit. Eigentlich müssen wir gar noch nicht tanken, aber lieber gehts das gar nicht. Legt tankst du jetzt schütten. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ich kann nicht mehr Licht fahren. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Ich bin ein bisschen aufgerissen. Hey Junge. Ist da Sache, wo ich mitnehre? Glaub ich es nicht mehr da. Hier soll ich auswacht. Ich darf nix zu mitten.